hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf farmerama crew heute mal wieder ein event von früher nämlich heute geht es um das tschechien event das heißt tschechische wurzeln ich würde sagen fangen wir gleich mal an hier sehen wir gleich mal die zwei pflanzen die es bei diesem event gab einmal marioan und hoffen deluxe ich finde hoffen deluxe schaut richtig lustig aus und jetzt schauen wir uns mal an truppe item gab es den granat passt jetzt wirklich nicht wirklich in die farm aber trotzdem schaut cool aus dann sehen wir hier nämlich den stickern das sind die tschechischen farben mit den landesfarben finde ich cool gemacht vor allem mit den pflanzen noch margherite haben wir da glaube ich kornblume oder was das ist dann schauen wir uns das erste item an das sind nämlich auch die tschechischen farben diese items sind ich immer richtig cool die gibt es fast bei vielen events lander events gab es das immer das bringt alle zwölf stunden 600 dp dann kommen wir schon zum ersten anderen item das sind nämlich mutschers meisterwerk der malten künstler ist eine frau die wurde hockt das bringt alle zehn stunden 750 dp und dann kommen wir noch zum zweiten item das ist nämlich das maulwürfchen und dieses item habe ich noch nie mein leben eigentlich gesehen schaut auf jeden fall witzig aus bringt alle zehn stunden 325 dp und jetzt gibt es noch in der wunderranke nämlich die tschechischen wurzeln die alle zwölf stunden 2500 dp bringen und barm ip und dann noch extra zehn kräuter elixier dann würde ich sagen war es das auch schon wieder mit dem nächsten länder event ich hoffe euch hat das video gefallen wenn dann sehen wir uns bald beim nächsten länder event bis dahin macht's gut und ciao